Etwas überhaupt mal zum Schleusenbetrieb. In der D-Achzündfahrung hier, sowohl in der rechten als auch in der linken Kammer, etwa 60 cm, 60 cm, 70 cm, sodass sich das hier nicht sehr gravierend auf die Höhe des Schleusenheeresniveau. Seit der Tonsee ist nun künstlich aufgestaut worden und das Wasser, was die Schleusen jeweils, sodass man die Leiche in Essigfässer gefasst hat und nach Europa geschifft hat und mit dem Bestür muss dann Eifel einen Vertrag zu einem neuen Schleusenkanal geschlossen. Das ist die Kamera leer und das soll so vor uns lassen. In die rechte Kammer eingezogen zu werden, auch das Schiff hat die maximale Breite von etwa 32 Metern und Stiegenschläuse wird abgelassen in die Kammer, in der wir jetzt sind. Und da holen wir auf und haben dann bis zum Jahr 2000, das heißt bis zum 31. Metern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020